Servus Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, Portal oder auch Portal genannt. Ja, ich habe jetzt irgendwie in der letzten Folge haben wir ja ein ganz leichtes Problem mit Cloudus bekommen. Ich muss jetzt mal schauen, wie wir hier überhaupt wieder wegkommen. Das könnte nämlich ein bisschen kompliziert werden jetzt vielleicht. Wir müssen hier irgendwie hier oben hin. Ist das hier so laut oder tut das nur so? Mir kommt das gerade so laut vor hier. Ich muss sich da mal schauen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn, dann kann ich es in der Aufnahme später dann abmischen. Hier oben kann ich schon mal kein Portal hinsetzen. Hä? Wo kann ich dann da ein Portal setzen? Hier oben oder wie? Nö. Muss man das jetzt verstehen oder muss ich da vielleicht irgendwie so? I don't check it. Ich probiere es jetzt mal so. Ups, das war jetzt natürlich ein Fail. Ich probiere es jetzt mal so mit dem Beschleunigungs-Döns hier. Jo, klappt. Einwandfrei. So, jetzt mal schauen, ob das hier... Wenn die Cloudus mal wieder was sagt, ob es hier zu laut ist, ich hoffe mal nicht. Ups. Ja, tolle Treppe. Qualitative, höchst... Äh... Höchstklassige Arbeit hier. Hallo Tür, bist du offen? Ja, sie ist offen. Gibt es hier noch sonst was irgendwie? Schaut nicht so aus. Na, da müssen wir wohl irgendwie... Hier durch. Oh. Hallo. Erschreck mich doch nicht so da hinten. Hallo, unfertige Turrets. Und hallo, fertige Turrets. So. Geht es jetzt hier lang? Hier geht es nicht durch. Also hier. Da kommen wir aber so nicht durch. Es kommt... No, 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 jetzt wird es geruckelt. Es kommt mir tatsächlich sehr laut vor jetzt auf einmal. Ich habe aber nichts geändert an den Einstellungen. Eigentlich jedenfalls. Muss ich da jetzt... Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Nein, ich bin nicht hier. Ich tue nur so. Ich putze hier nur. Jetzt muss ich hinter dem Mittelalter, weil ich glaube, der wird mich leicht aufschlitzen, wenn ich da durchlaufe. Und ich sehe, hier komme ich nicht so unbedingt weiter, oder? Muss ich rum. Rauf. Okay, hier kommen wir weiter. Hier geht es ja nur in irgendwelche Nischen rein. Da müssen wir also durch die Tür praktisch gesehen. Oder auch nicht. Wo geht es denn dann hier weiter? Oh, oh. Sollte mich das jetzt beunruhigen? Ja, ich glaube, das sollte mich beunruhigen. Hier fliegen irgendwelche Companion Cubes durch, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo es weiter geht. Hier drüben vielleicht. Vielleicht. Ich kann hier aber doch nicht rüberspringen, oder? Nö, das geht doch nicht. Außer natürlich mal wieder auf diese Weise. Äh. Okay, so geht es schon mal nicht. Ähm. Fail. Okay, bin ich jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach hier. Gut. Ich dachte schon, ich bin jetzt wieder da oben gelandet. Also direkt am Feuerteiler. Das wäre ein bisschen schlecht gewesen. Ehrlich gesagt. Ach, klappt doch. Einwandfrei. Jetzt kommen wir auch hier durch. Gibt es hier drüben noch was Interessantes? Vielleicht bricht jetzt die Brücke zusammen und wir haben verloren oder so. Kann gut sein. Ähm, 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 ähm. Gibt es hier noch was? Ich schaue mal. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben. Nö. Hier gibt es nichts mehr. Hier kann ich aber rauf. Aber da scheint es weiter zu gehen. Aber was ist dann in dem Raum da drüben? Muss ich nochmal kurz schauen. Das interessiert mich ja dann doch ein bisschen, was da drin ist. Da ist irgendwie ein Konferenzsaal. Was steht da? Defense Logistics Agency Solidaritäter Birds for Development of Fuelists. What? Ich check's nicht. Wenn das einen checkt, kann er ja mal übersetzen. So gut bin ich in Englisch nicht, dass ich das verstehen würde. Okay. Hier haben wir... Oh, hallo, Testkammer. Hier werden wir also beobachtet. Manchmal jedenfalls. Das war ja die... Ach, jetzt ist die Verschlossene auch offen. Alles klar. Bringen wir zwar relativ wenig, weil ich ja sowieso da hinten durch muss. Aber ja. Jetzt ist sie jedenfalls mal offen. Ist doch schon mal ein Erfolg. So, hier runter. Da müssen wir irgendwie hier raufkommen, oder? Aber von hier geht's nicht. Aber... Hallo, Portal. Warum ruckelst du heute ständig? Sollte mich das beunruhigen. Da müssen wir irgendwie hier rauf, oder wie? Boah, nee. Ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Und geklappt. Hallo, ist da jemand? Nein. Der Cake is a lie. Oh ja, das ist eindeutig. Aber ich muss jetzt hier rein, oder wie? Oh. Hallo, ich werde jetzt transportiert. Sollte ich transportiert werden? Oder hätte ich da jetzt in die andere Richtung gehen müssen? Ich weiß es gar nicht. Ach, ich sollte transportiert werden. Gut. Ich dachte schon. Oder bin ich jetzt hier richtig? Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex. Zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll. Und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Ich glaube, wir sollten hier sein. Sonst würde Gladys nichts sagen. Ähm, 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 ähm. Ja, und wie komme ich jetzt hier weiter? Hätte ich mir da einen Cube mitnehmen sollen, oder wie? I don't get it. Hä? Hätte ich mir da jetzt irgendwo was mitnehmen sollen, oder wie schaut's aus? Ich hätte wahrscheinlich warten sollen, bis da noch ein Cube raus... Hä? Muss man das jetzt verstehen? Da müsste eigentlich jetzt ein Cube rausgefahren kommen mit der Zeit, oder? Irgendwie tut er das nicht. Hier komme ich ja nicht mehr zurück. Muss man das jetzt wirklich verstehen, oder habe ich jetzt irgendwas verpackt hier? Das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Ja, okay, es geht so nicht. Da muss ich wohl mal kurz neu laden. Komme ich jetzt hier raus? Hier. Ja, okay, ist zwar jetzt ein bisschen schlecht, dass ich wieder hier bin, aber naja. Es geht jetzt gerade leider nicht anders. Wo komme ich denn hier hin? Ach, hier komme ich... Ach, die Portale. Hä? Ach, da bin ich. Ach, Entschuldigung. Ich war jetzt vollkommen verwirrt irgendwie. Ach, Mann, Mann, Mann. So, und drüber. Da geht's jetzt da hinten weiter. Das andere hat uns ja nichts gebraucht, der Raum da. Da müssen wir jetzt wieder hier rauf, glaube ich. So. Und dann per Jump Express hier rüber. Jump, jump. Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Ich muss jetzt hier mal kurz speichern. Und dann schaue ich mal hier rein. Hallo, ist da jemand? Ich will den Code Cube haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das geht. I don't get it. Muss ich erwarten, bis ein Cube vorbeikommt, oder was? Ähm... Wie gesagt. Ich kann ja hier so oder so... Und wir sind beeindruckt von ihrer Leistung. Keinen Cube durchbringen. Kommen Sie zurück. Wie gesagt, ich kann hier ja so oder so keinen Cube durchbringen. Check ich jetzt hier irgendwas nicht, oder? Hä? Ich muss hier oben irgendwas durchbringen, aber ich hab keinen Cube. What the fuck? Ah, das geht auch, oder wie? Aha, wenn das auch geht. Ja, okay. So geht's nicht. Hier so? Ne, ein bisschen weiter drüben, oder? Hier so. Oh, yeah. Geil. Ich glaube, ich hab das Spiel ein bisschen verpackt. Ähm... And now? Muss ich da runter? Jump. Bam. Ich will gar keinen Kuchen mehr. Ähm... What the fuck ist jetzt los? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht hier, oder? Ich glaube, ich hab jetzt irgendwas soundtechnisch kaputt gemacht hier. Oder gehört sich das so? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kann ich auch nichts platzieren, oder? Hier auch nicht. Ich glaube, das gehört sich so zum Spiel, aber warum auch immer das jetzt so laut ist. Oh, hier kann ich nichts machen. Ich muss hier oben rauf. Aber hier komm ich eigentlich nur rauf, wenn ich... Kann ich die Tür von hier aus auch machen? Nö. Wie komm ich denn hier rauf? Kann mir das mal einer verraten. Und kann mir eines nervige Gedüdel hier abstellen? Komm doch hier nicht rauf, oder? Hä? I don't get it. Aber mir ist das gerade wirklich sehr, sehr nervig. Ich check das jetzt übrigens gerade wirklich nicht. Und ich sehe, ich hab schon wieder vergessen, meinen Timer zu steuern. Sekunde. I don't get it. Kann ich hier rauf? Ach, ich kann hier durch. Und was bringt mir das genau? Ah! Na, bingo! Und jetzt geht's hier durch, oder wie? Ja. Alter, was ist mit dem Spiel los? Ich glaube, ich hab das kaputtgepackt, oder so, jetzt. Ich weiß nicht, ob das zum Spiel gehört. Ich glaube ja noch nicht dran. Ich glaube nicht, dass dieser Sound zum Spiel gehört. Sekunde. Ich starte das Spiel mal kurz neu. Ich bin dann mal kurz weg. Ich speichere hier mal kurz und starte das Spiel neu, weil ich glaube ich nicht, dass das so gehört. Bis gleich. Okay, dieses Geräusch scheint hier, ähm, zur Testkammer zu gehören. Ich weiß allerdings nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Das ist ja doch ziemlich nervig, aber... Hallo, warum ruckelt denn das so jetzt? Jetzt lautet er hier Daten. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt ist doch das kacke Räusch weg. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie nicht wissen, wohin Sie gehen müssen. Ähm, nein, weiß ich auch nicht. Hallo? Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass der Weg richtig ist. Es gibt ja eh nur einen. Hä? Das würde ich jetzt mal sagen. Ich muss jetzt hier irgendwie scheinbar auf diese Pfosten drauf. Geht's hier weiter? Nö. Schade. Ich muss jetzt hier mal kurz einen Überblick verschaffen in dem Raum, wie es hier weiter geht. Ich muss hier irgendwie mit den Pfosten hier weiterfahren. Nur wie? Wo muss ich überhaupt hin? Da oben ran, oder? Da muss ich... Ah ja, alles klar. Ah ja, ah ja, ah ja. Alles klar. Hoff ich mal. Kann ich hier irgendwo was... Ach, an der Seite kann ich mich platzieren. So ein Charme. Ähm, ich fahrte mal, bis ich wieder hier rauf fährt. Ich hoffe, das war richtig, auf diesen Pfosten hier raufzufahren. Oder auf diesen Kolben oder was. Dass das auch immer sein soll. Ich glaube, bisher war das nicht richtig. Ich glaube, da war mehr die Variante mit dem Kolben da richtiger, oder? Mal dran, bis der wieder rauf fährt. Oder muss ich hier hin? Ich kann nämlich hier auch hin. Und hier... Ich kann... Aber ich glaube, ich muss hier hin. Ähm, ja. Das war jetzt natürlich wieder ein Fail. Ich glaube, ich muss hier weiter. Was auch immer es da hinten gab. Und es ist brutal laut hier. Einmal. Und da muss ich unbedingt in der Aufnahme später noch mal ein bisschen rum... rumpegeln. Ja, ähm, du hast sehr seltsame Definitionen von toll. Ich muss jetzt, glaube ich, hier mich, äh... Imaginär von so einem Kolben zerquetschen lassen, dass ich hier weiterkomme. Und da komme ich nämlich hier... Äh, 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 äh... Achso, der fährt nicht ganz ein. Alles klar. Dann komme ich nämlich hier rüber. Und kann hier... Ähm, wo muss ich jetzt weiter? Ähm, muss ich da oben jetzt durch, oder wie? Nö, hier gibt's keinen Weg. Na, wahrscheinlich hier, oder? Ich geh jetzt mal davon aus. Hier? Bin mir nicht sicher. Ja, da steht nach oben. Also, hier lang. Geht's hier weiter? Nö, die Tür ist zu. Dann würde ich sagen... Wo muss ich jetzt hin? Höchstwahrscheinlich auf diese Plattform da. Da muss ich mal hier so. Und da so. Und dann auf den Kolben da unten hüpfen, denke ich mal. Und dann möglichst schnell von diesem Kolben wieder weg. Weil sonst schiebt mich der hier runter. Das ist ja auch nicht so unbedingt wünschenswert. Ich weiß, was da estáоки domestisch ist. Ich weiß, was da oben nicht dead? Vielen Dank.